Yin Yin Man findet dann eben auch das Tai-Gi-Tu-Zeichen, wo Yin und Yang zusammen abgebildet sind. Yin und Yang sind also Prinzipien der Wandlung und auch der Korrelation. Yin und Yang werden manchmal als Gegensätze bezeichnet, manchmal aber eben auch als Gesamtheit. Yin und Yang zusammen erklären Wandlungsvorgänge und Prozesse. Und im chinesischen Taoismus ist alles letztlich ein Prinzip von Yin und Yang. Im Ayurveda findet man und im Yoga finden wir auch manchmal diese Dualität. Also zum Beispiel gibt es dort Ida und Pingala. Ida wäre der Träger der Kältenenergie, der Mondenergie und würde damit Yin entsprechen. Und es gibt Pingala. Pingala ist der Träger der Sonnenenergie und entspricht damit auch dem Yang-Prinzip. Im Ayurveda könnte man auch sagen, Kapha entspricht dem Yin-Prinzip und Pitta entspricht dem Yang-Prinzip. Und Vata ist dann auch ein zusätzliches Prinzip. Und so gibt es im Ayurveda auch noch andere Dreiheiten. Auch im Yoga gibt es Sattva, Rajas und Tamas. Das chinesische System ist sehr viel mehr auf Yin und Yang und damit auf Dualität ausgerichtet, wobei beides als positiv gilt. Das ist also nicht der Dualismus, den man zum Beispiel in Manichäismus findet und der manchmal auch im Mittelalter eine Bedeutung gespielt hat. Da gibt es Gut und Böse. Und so wann immer man einen Dualismus gefunden hat in der westlichen Kultur, dann wurde immer das eine als Gut und das andere als Böse bezeichnet. Mindestens ging es immer schnell dorthin. Währenddessen in China, im Taoismus, da waren beides immer letztlich Symbole des Einen und letztlich auch Polarität und beides muss sich miteinander im Austausch befinden.